Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Fallout 76. Wieder mit Caelan. Hallo. Ich bin mal auch schon mal nach Watoga gereist. Wir gucken, ob wir das jetzt mal jetzt eventuell vielleicht mal irgendwann hinkriegen mit dieser Mission. Diesmal habe ich auch die Heuerrüstung mal eingepackt. Ich hoffe, das bringt ein bisschen was. Wir werden es heute nicht schaffen, ey. Wann dann? So, noch den Steg. Wird Dirk von dem Gebäude wohin muss? Ich glaube schon, ne? Ich glaube, das war das sogar. Genau, ja. Das Gemeindezentrum. Genau. Uh, hier ist Level 83 verbrannt. Gar nicht mal so ohne. Nee, nee. Die hauen ganz schön rein. Wenn sie denn zum Hauen kommen. Ja, das ist wahr. Muss man halt vorhin abbinden, was sie machen wollen. Da kann ich nochmal durchballern. Okay, gut, gut, gut. Du hast ein Kampfgewehr, das hätte ich auch immer noch gerne. Direkt überladen, sehr schön. Ich will ehrlich, ich soll aber auch nicht mehr großartig looten. Du hast abgekochte Wasser noch mit. Du hast jetzt alles zu viel Zeit. Ja, das stimmt. Oh, Speiseöl. Sagt er und wutet weiter. Ja, das ist was anderes. Das ist was anderes. Das ist was anderes. Okay, eigentlich nicht. Warum machst du das? Wo war denn hier der Weg nach oben? Ähm, hier. Bei mir direkt. Tatsächlich ist der Weg nach oben relativ unkompliziert. Nee, doch nicht. Ja, nee, da hinten kommt. Wie gesagt, jetzt müssen wir gleich über das Ding nochmal drüber. Ja, stimmt, stimmt. Oh, der war stärker. Ja, er hat auch zwei Schüsse ausgehalten. So, ja, jetzt habe ich auch wieder Schuss für mein Schützengewehr. Oh, ein kaputter Gartenzwerg. Herbert. Der gute Herbert. Er hat uns ja lange begleitet. Mhm. Herbert ist halt so ein Running Gag aus der Rahmschnitzel-Community. Und zwar gibt es bei Half-Life ein Achievement, wenn man halt einen Gartenzwerg vom ersten Level bis zum Ende des Spiels mitnimmt. Alter, wer macht denn sowas? Ja. Hat das Rahmschnitzel gemacht? Und den haben sie dann Herbert getauft, genau. Ja, der hat irgendwann mal einen Stream gemacht, wo er halt dann alle Achievements von Half-Life 2 gesammelt hat. Hey, das ist krass. Mhm. Muss man halt auch mal machen. Ja, ich habe Half-Life leider noch gar nicht gespielt. Mhm. Möchte ich aber irgendwie mal... Ja, lohnt sich. Ja, eine dieser vielen Dinge, die man machen möchte. Genau. Hier ist doch eine sehr, sehr schöne Reihe geworden. Es ist ja noch nicht fertig. Ja. Eigentlich. Ja, aber es stimmt halt schon. Es ist, ähm... Ich denke, wenn die jetzt in Half-Life 3 rausbringen würden, es wird wahrscheinlich ein ähnlicher Flop werden wie, ähm, wie Dings, ähm, hier das Duke Nukem Forever. Einfach, weil der Hype viel zu groß geworden ist. Ja, das stimmt. Obwohl es, glaube ich, jetzt auch wieder gehen würde, weil es die meisten nicht mehr, äh... Nee, glaube ich auch nicht. Das geht nicht mehr. Dafür ist Valve, glaube ich, auch schon viel zu lange aus dem, ähm, Game, aus dem Videospiel, ähm, Game raus. Und danach auf die Übertragung und den stadtweiten Neustart. Aber sie haben jetzt ewig lange an einem Full-Dive-System gearbeitet. Ja, ja. Obwohl ich gelesen habe, das glaube ich, glaube neulich, der, der irgendwie ein Story-Autor, äh, äh, wieder, äh, jetzt wieder bei, äh, Valve angefangen hat. Hm. Hallo. So, Power-Rüstungs-Buddies. Hey. Yeah. High Five. Das geht leider nicht. Aber ich, ich wink mal. Genau. Sieht mit der, mit der Power-Rüstung sieht das so niedlich aus. Ja. So, dann, äh, Waffen sind durchgeladen. Hoffen wir einfach mal das Beste. Ich muss ja einfach nur 5 Minuten quasi überleben. Ja, du weißt, wie oft das schon funktioniert hat. Ja, ja. Einmal hat's ja fast funktioniert. Ja. Ah, das tut so leid. Es scheint eine Fehler im Anhälen-Programm zu liegen. Durch die Überwachung vom Square schlägt sich für eine Superstar-Händler. Übrigens, der Scorch-Bist gehört tatsächlich zu der Mission. Die ist jetzt hier gleich. Auf. Alles auf. Was? Oh mein Gott. Nicht gut gemacht, wenn man mich fragt. Ah, da kommt es auch schon. So dann krank. Ah, aber die, es wird von unten beschossen, das ist schon mal gut. Läuft bei dir der Timer? Ja. Okay, weil ich hab keinen. Hm, genau so. Okay. 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 Ich hab' den 3.. 3.. ..3,5 Minuten. Ahh, ich brauch' schnell was zu heilen. Ich hab mein letztes Stimpfick genommen. Bleib draußen. Ach guck, wir gehen gleich bis hin los. Boah. Oh, Bitch. Oh. 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 Au! Als ob du den jetzt wegkriegst. Aber das ist nicht so cool. Wie lang noch? 30 Sekunden. Achtung, wir brauchen eine Granade. Vielleicht können wir ja keinen Schaden. Stimmt, stimmt. 2, 1, go. Endlich. Endlich. Oh, ich glaube sogar ein Level aufzugehen. Anscheinend haben sie das Problem gelöst. Zumindest ihr Problem. Sie sind unberechtigt, die Kombination für das Vorratslager zu erhalten. Bereit? 7, 4, 76. Mit dem Squad müssen wir versuchen. Ich glaube, das ist keine gute Idee. Ich geh mal wieder. Tschüss. Ich geh mit. Alleine kann ich mich hier nicht lassen. Da. Warte mal. Können wir jetzt hier nicht was rausziehen? Jaja. So, ne? Genau. Ich glaube, jetzt kriegen wir auch hier... Ich glaube, jetzt kriegen wir auch den Bauplan für die... Stimp... Uh, Stimpax. Sehr gut. Venters. Ich dachte, da wäre noch ein Bauplan drin gewesen. Weserpistole. Okay. Da ist nicht so viel Sparen, der ist gerade drinnen. Ja. Ich dachte, man kriegt ja auch noch einen Bauplan für... Dings... Kiba? Was erzählen? Nö. Ist da hinten noch irgendwas? Ne, auch nicht. Ach, oder vielleicht gab es das als Missionsbelohnung. Moment, ich schau... Schau mal gerade. Diverse... Sind bitte... Bauplan Garagentour... Nee? Auch nicht. Okay. Eingelöst hast du es wahrscheinlich noch nicht, ne? Nee. Nicht, dass ich wüsste. Nicht, dass ich wüsste. Warte, das kann aber mal weg. Der Brennstoff kann weg. Und doch einiges an Schrotproduktion jetzt verballert. Und doch einiges an Schrotproduktion jetzt verballert. Oh ja, ich auch. Ah, gut. Geht ja nicht anders. So, wir hätten den Einspruch noch. Hm. Ich bin 90% reduziert. Stufe 40. Ich nehm mich den einfach mal als... Oder? Den putzen wir auf 10 minus noch die Favoriten drauf. Ah, man kann jetzt sogar seine Punkte ändern. Wie die Punkte? Ähm, beim Levelaufstieg. Kannst du Skill wählen oder Punkte ändern? Ab Level 50. Ab Level 50. Ah, okay. Weil normalerweise war es so, dass du ab Level 50 nämlich keine Punkte mehr gekriegt hast. Nur noch Skillkarten. Und das haben sie dann irgendwann geändert, weil es halt den meisten Leuten auf den Sack ging. Ja, weil es halt sehr viele gibt, was man halt zusätzlich noch haben möchte eigentlich. Ja. Und es halt sonst auch irgendwie keinen Sinn mehr macht, über Level 50 hinaus zu skillen. Weil du ja nichts mehr großartig davon hast. Das stimmt auch wieder. Nee. Welche hatte ich? He. So, das ist ja der Hammer. Hm. Ich glaub, der geht sogar einigermaßen. Ich glaub, der ist ganz witzig. Warum hab ich den Skill geskillt? Party Hengst. Der Effekt von Alkohol verdoppelt sich. Ja, warum nicht? Kann man ja auch mal machen. Ich meinte, so negativ ist es zwar nicht eigentlich, so Alkohol hat ja auch hin und wieder gute Effekte. Aber warum hab ich das gemacht? Du brauchst halt so gut wie nie. Ja, stimmt. Leider nicht, leider nicht. Klar, ich werde... Ja, ich mache am meisten Gewehrschütze. Ja. Das ist auf jeden Fall eine gute Idee. Ich frag mich grad, warum... Also ich... Ja, jetzt... Wieso sich nur so wenig... Boni durch die... Oder so wenig Tragkraft durch die Powerrüstung gekriegt hab. Ich dachte, das wär früher mehr gewesen. Das war irgendwie mal, ich glaub 15 oder 20... Äh... Punkte, die ich jetzt mehr hab als vorher. Äh... Ja, 20 auch nur. Naja, okay. Das wär irgendwie 50 oder so gewesen, die es mal gab. Hm... Ich glaub, die waren nur ähm... Bei Fallout 4 oder so. Naja. So viel. Aber das weiß ich nicht, weil ich wollte mir die Powerrüstung eigentlich für Ende aufsparen und dann hab ich sie nie benutzt. Ja, ich tatsächlich... Ich hab Fallout 4 auch, glaub ich, komplett ohne Powerrüstung durchgespielt. Abgesehen von der einen Stelle am Anfang, wo du's halt musst für die Story. Ja, stimmt. Aber es hat ja auch nicht so zu meinem Schleichcharakter gepasst. Ne, ich bin... Ich hab sehr viel nicht geskillt, weil ich nicht mal... Ich... Ich... Halt mir einfach fest, ich hab schon oft erwähnt, dass ich Fallout 4 einfach echt beschissen gespielt hab. Hehehehe. Ja, ich hab's halt ganz, ganz gut oder ganz okay gespielt. Aber ein Ruf mir, der hat sich da wirklich extrem reingesteigert und hat sich das dann irgendwie... Oh, guck mal, Graeme ist da. Cool. Ähm... Und hat dann wirklich auch so Skilltrees durchgelesen und was weiß ich was. Okay, das ist krass. Das ist krass. Ich hab die Skilltrees auch durchgelesen. Ja, aber... Das ist halt auch so, dass ich... Dafür spiele ich jetzt zu wenig, so... Dafür hab ich's nicht zu wenig gespielt. Ja, ja. Okay. Handeln. Schnell, Moku. Du das hören? Für mich sind generell Spiele... Nichts, was... Irgendwie mehr als nur einen... Storystrang drang haben. Ja, ja. Die guck ich mir da meistens jetzt Play an. Oder so. Ja, ja. Und das spiel ich nicht mit aus Maltese. Ah, jetzt hat er was da, Graeme. So, was hast du denn? Oh, das Futter. Lecker. Hm. Mission hast du nicht. Jetzt halt noch große Menge an Libla Club. Da hab ich, glaub ich, kein Geld für ausgeben gerade. Versionsgenerator wär vielleicht noch gar... Ah, der hab ich schon. Hallo, Moku. Hast du irgendwas Tolles? Bestes Nahrung für Kraft. Fleisch gedörrt. Fleisch gebraten. Äh... Fleisch verkohlt. Fleisch zermatscht. Fleisch von Fisch. Genussbarfleisch. Stinkefleisch. Fleisch verfault. Fleisch vergammelt. Fleisch geröstet. Fleisch getrocknet. Fleisch gesalzen. Schleimfleisch. Süßfleisch. Fleischfleisch. Kaufleisch. Altfleisch. Fettfleisch. Ich glaube, er macht Fleisch. Woja, wer nicht. Fleisch verbrannt. Fleisch gewürzt. Fleisch gehackt. jetzt bin ich auch nicht mehr überladen als ob du nur schrotverkommen hast bei mir hat er nur nur irgendwie anaten gehabt aber gut da haben wir das jetzt auch endlich mal geschafft oder ich zumindest ja das stimmt obwohl ich sehr wenig munition hatte das hat sich ja wirklich das ganze let's play schon durchgezogen irgendwie so auf jeden fall jetzt müssen wir das letzte die letzte zeit letzten letzten paar folgen aber das ging jetzt tatsächlich echt easy irgendwie ja weil wir also ich bin ja sonst immer ohne power rüstung rein deswegen bin ich auch dauernd gelegen war glaube ich jetzt wirklich erstmals in power rüstung rein bin okay wir sind aber auch glaube ich war halt auch jetzt irgendwie auch noch mal so 6 7 level mehr als vorher das hat sich doch etwas gebracht die augen tropfen nicht immer level 1 die an die nix machen grämm fetzt sich gerade mit so einem aggressor drum ja wir müssen ihm helfen wohl irgendwie gibt er den aggressor ziemlich gut ja 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 wieder rede der nur vom essen ja 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 da hinten ist noch ein aggressor ja hinter den hügeln wank ein fleisch kluge worte das sei immer träumen groß träumen äh gute nacht Graham wollte schon richtig aggressiv hinlaufen. Ja, also solange ich versteckt bin, sind die halt in drei Schüssen Scharfschützengewehr weg. Die Aggressortrons, das ist eigentlich ganz angenehm. Ja, das stimmt. Und wenn ich jetzt drauf geschossen hätte, glaube ich, wäre... Ich habe keine Scharfschützen mehr. Ich habe nur noch meine Fusion... Was ist das eigentlich? Mein Tesla-Gewehr. Und das wäre, glaube ich, zu laut gewesen. Ja, das mit dem Schallgedämpft ist halt schon sehr praktisch. Ja, voll. So, dann brauche ich jetzt tatsächlich noch mal eine Werkbank, um das Zeug hier loszuwerden. Hat mir nicht in dieser Stadt auch ein Problem, dass wir keine gefunden haben? Das kann gut sein, ja. Obwohl... Wir haben quasi auch... Ja, kann auch gut sein, dass es gleich selber abgeschaltet werden, wenn ich mal gerade auf die Uhr gucke. So, wir spielen haben müssen... Oh, ja. Also gibt es ja normalerweise noch eine Warnung, oder? Ja, ja, ich denke auch. Obwohl, die Warnungen kommen auch nur in Spielen mit einer besseren Engine, ne? Hahaha. Ah. Ich lasse dir. Ich lasse uns mit einer G Rocketroom. Missed an Handy. A-M-S Heute sieht es so aus, als wäre da etwas drinnen Das kann natürlich auch sein All die Dings von A-Appalachia Mining Company oder wie sie heißen Okay, da kann man auch runterfahren Ich beschütze und Diener, dann Diene uns Hier ist leider nichts zum Verwerten Blöd Doch, 32 EF6 So, Händler Hm, das ist der gute Super-Duper-Markt Wenn Leute den Namen schon so übertreiben müssen, dann kann ich dem liebste sehr vertrauen Ich zumindest nicht Hm Wir können das solcher verkaufen, aber warum? Ja, oder Wir sind ja eh am Rande Am Rande der Stadt Hinten rausgehen und Lager platzieren, kurz Buchen? 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 Oh, nein Nein Vielleicht habe ich das Glück Äh, ja Und da hinten fliegt ein Squad-Spies Was für eine Überraschung Ich habe kein Glück Wo hast du ihn entdeckt? Buchen wir ihn entdeckt Buchen wir ihn entdeckt Ich glaube, da soll ich noch ein anderes Mal von nehmen Zum Beispiel Haben wir noch ein bisschen Action am Ende der Folge Ja, sofern es ist aber nicht aufgestellt werden Ja, okay, das glaube ich aber nicht Das hat sich aber auch noch nicht, dass er so weit weg geballert ist Das Beste je entwickelt Für Sieg in Videospielen ist die Rektor Ja, das macht halt echt Spaß Das ist halt echt witzig, das stimmt Stimmt, ich habe jetzt wieder Stimpax Fällt mir gerade mal auf Sehr gut Ich glaube, ich immer noch nicht Hast du nicht für die Achso, du hast die Levels, die Quests ja nicht gestartet Ne, leider nicht Ich glaube, ich habe, ähm Ich habe zwar auch eine bekommen Aber nur, ähm, zwei oder so Ja, ich habe schon längst wieder verbraucht Irgendwie zehn oder elf gekriegt Oder ich glaube, in dem Dresor waren irgendwie, äh Waren irgendwie elf Stück drin Achso, ja, der war bei mir schon, ja Ja, und ich den ja schon aufgemacht habe Aber ich dachte echt, dass man da noch einen Bauplan für die Dings kriegt Für die Schwarzpulverpistole oder Schwarzpulvergewehr Hat er das irgendwo gesehen oder wie? Ja, ja, hatte ich irgendwo gelesen, ja Ja, vielleicht war das bei dem auch nur Zufall Weil es ja auch doch irgendwie random generiert Das kann natürlich gut sein, ja Also, natürlich Ist eine Sackgasse So, okay Wie viel Schaden macht, macht mir noch mal, ähm, Schleifschaden zu beginn? Zwei, glaube ich, ne? Was? Für Schaden? Schleifschaden ist, ja So zweifachen, ja Okay Na gut, dann ist es aber auch schon wieder eine Zeit, die Folge zu beenden Vielen Dank fürs Zuschauen Ich hoffe, ihr hattet Spaß Seid beim nächsten Mal wieder mit dabei Und bis dahin, macht's gut Und ciao, ciao Ciao, ciao